Wenn Kinder lachen geht, für uns geht's noch mehr. Kinder ist so fröhlich, Kinder ist so fröhlich. Kinder ist so fröhlich, Kinder ist so fröhlich, Kinder ist so fröhlich. Vielen Dank, lieber Dr. Hendrik Haselund, die Tour geht international. Wir bedanken uns, verabschieden uns hier aus der Europastadt Görlitz und freuen uns auf ein Wiedersehen. Tschüss! Wir müssen weiter, aber wir möchten nicht versorgen, zu sagen, wie gut es uns hier gefallen hat. Unser Dankeschön ist diese gute Stimmung, die wir mit Ihnen zusammen hier erleben durften. Darum gibt den Kindern eine Chance, ein Leben im Horizont. Wenn Kinder lachen, geht für uns die Sonne auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017